Die Volksschule Altenhof in Gaspelshofen beteiligte sich beim Landesprojekt Klima-Acker. Klimalandesrat Stefan Kain-Eder war dabei, als am Schulgelände bunte Kräuter, Beeren und Apfelbäume gepflanzt wurden. Der Landesrat betont, dass so den Schülern auf spielerische Art und Weise der Wert von Lebensmitteln vermittelt werden kann. Das Projekt wurde erneut vom Bodenbündnis Oberösterreich mit Unterstützung des Landes umgesetzt.